Willkommen bei Mega und Professional Gameplay Mein Name ist Epic und wir spielen wieder ein Zufalls Game auf spieleraffe.de und heute ist es Glitzernde Blöcke Oh man Ich hab irgendwie schon keinen Wack Ja man Schild Ach du Scheiße Ist das einfach nur hier drauf schlippen? Ja Ist das deren Ernst? Ich drück einfach irgendwo drauf. Ok das geht nicht Ok Natürlich Das ist so gechillt wie ich sehe es schon hier Ich sehe wie gechillt das ist Man drückt einfach irgendwo drauf rum und das klappt schon irgendwie Oh man Ist das langweilig Ich Aber wenn ich jetzt hier dazu noch ein Feedback schreiben müsste Dann wäre das wahrscheinlich bei mir ziemlich beschissen Das ist so Ich habe das 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 ich probiere mal alles grün hier zu kriegen oder zum größten teil grün eigentlich ist es nur drauf rum klicken also mir ist das wirklich nicht es ist aber diese musik die dabei ist schon ziemlich die nervt etwas schade ich will dieses spiel nicht noch einmal spielen nein danke ich war jetzt eine blitzrunde ich muss nur ganz schnell ganz schnell was rumkriegen an zeit so dass da noch weg dass da weg dass da geht das noch weg das da geht so weg so alles blau kommen so so und so wow unfassbar dieses spiel ja dann würde ich sagen was das erste war für die heutige folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin